Nun ja, Sir, die Männer sind unzufrieden und Sie haben ein paar Dinge auf dem Herzen, über die Sie gerne sprechen. Nicht schon wieder. Bitte, schenken Sie Ihnen wenigstens eine Minute. Also gut. Was ist es diesmal? Diese blöden Rotfruchtsetzlinge. Die stehen nämlich alle bei uns im Weinkeller. Dadurch wird es da immer wärmer. Der Beaujolais hat mittlerweile 21 Grad. Ja, gerade zum Mittagessen ist das echte Zumutung, ganz genau. Es wird hier immer wärmer. Gestern sind uns 30 Portionen von Marios super leckerer Crème Brûlée einfach vergammelt. Da ist ein Ei drin. Eispices sind normale Empfindlichs. Ja, ohne Ei ist es nicht dasselbe. Und ich weigere mich, dass du mache meine Crème Brûlée ohne die Ei. Es ist ohne Ei nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Crème Brûlée ist ohne Ei nicht dasselbe. Ja, ist es auch nicht. Das brauchen Sie jetzt gar nicht hier so abfällig zu sagen. Es sind nämlich genau solche Spitzfindigkeiten, die wir uns einfach nicht mehr länger bieten lassen.